Du bist... ...Aren, nicht? Was davon? Kann ich deine Hand schrauben? Aren! Nein! Sir Aren! Ich mag den nicht. Du bist der Grund, warum ich ein Guardian geworden bin. Echt jetzt? Das bedeutet so viel für mich. Willst du den persönlichen Guardian der Lord Braska Riffraff? Und du nimmst dich? Ein Summoner? Yeesh! Barthelow, Noth, zurück! Äh... Okay. Komm ich jetzt da nochmal hin? Oh. Oh. Und zusammenbrech. Die Brasilianer. Ich probier's gleich. Boah, du eifersüchtiges Stück. Na? Ah, ich hab nochmal eine. Ich nenn sie diesmal so wie sie heißt, weil die beiden Katzen sind ja schon. Ich hab davor gespeichert, ja. Okay. Äh... Bestätigen. Ja. Soll ich nochmal laden? Dann lad ich nochmal, weil jetzt weiß ich ja wie es geht. Und wie man lädt weiß ich nicht. Ähm... Ich weiß auch nicht wie man lädt, oder? Versuchen wir's mal so. Genau. Ach. So. Ja, ich weiß. Na, komm. Ich weiß. Was? Nein. Das darf. Gut. Wird ganz viel überspringen. So. Na, ja, ja, ja. Vater, Vater, Vater. Nee, warte, persönlich. Nein. Ja, super. Ja, der Vater. Ja. Gräu. Finde ich. Oh, oh, oh. Ja. Die Arme mit ihrem Vater. Aber ich auch. Ich bin nicht wirklich. Ich bin nur ein Summoner geworden. Natürlich. Also, vielleicht sollten wir so rät. Sehr gut, dann. Ich akzeptiere ihre Versuchung. Ah, ah. Ja 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 ja. Ich habe das Gefühl. Ich habe das von die Crusaders gehört. Weißt du, eigentlich wird der Maustreier gar nicht aufgezeichnet, aber ich spiele schon. Ach Gott, komm jetzt voran. Ja, haben wir alle schon gesehen. Ja, ja. Ja, ich komme. Da hast du da immer so einen kleinen Chincham. So, ja. Alright, dann. So. Ach genau, wir müssen die beiden rausnehmen. Die Flügel. Die sind dann nicht mehr verfügbar, weil sie da drin sind. Okay. Okay. Ähm. Ach, jetzt verstehe ich das. Ach nee, den habe ich erst aufgeladen. Der ist noch gar nicht oder ist er schon aufgeladen? Okay. Jetzt verstehe ich. Ich muss beide reinmachen, okay. Das heißt, das mit dem Aufladen habe ich sogar richtig gemacht. Ja. Aufladen habe ich beim ersten Mal richtig gemacht. Das ist alles gut. Okay. Das ist alles gut. Also, ich kann das nicht mehr rausnehmen. Ich habe die Flügel zu sehen. Ich habe das nicht. Ohne. Da 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 Hmm. Kannst du das mit dir jetzt machen? Ähm, warte mal, wie war das denn? Achso, zurücksetzen. Ja. Ja, von mir ist es noch zweimal. Du, du, du. Du, du, du. 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 Weißt du. 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 Ich bin der Typisch ekelhaft. Alles daran war eklig. Meinte er das ernst? Ich weiß es nicht. Sieht aus wie ein Gothi-Singer aus dem 80er. Ja, ja, das haben wir alle schon. Das war aber eben viel schneller, oder? Stopp pacing around, be calm and wait. Na gut. Aha. Passiert nichts. Ah, ja. Triggerpunkte sind sehr seltsam. Ah, Donna, du gehst mir auf den Sack. Du sagst, es wird später noch nett. Ja. Ja. Oh, ja, 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 ja. Oh, ja, 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 ja. Oh, ja, 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 ja. Oh, ja, 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 ja. Oh, ist das so? Dann verspricht, auf deinen eigenen zwei Legen zuerst. Deine Garnier werden dich nicht beschützen, wenn die Zeit kommt. Und die ist wirklich irgendwo mal nett. Du sagst es, das versprichst du mir, ja? Ja, bestätigen. Bestätigen. Ach, geschafft. Jetzt wird gespeichert. Ach. So. Hm. Mhm. Er ist der witzige. Hey, jetzt hätte ich's gewusst. Aha, gilt's. Name ist auch schlecht gealtert. Ich weiß. Muss es ja drücken, irgendwie. Darf ich das? Hm. Ja, was mach ich jetzt? Soll ich was kaufen? Ich glaub nicht, oder? War ja schon. Noch ne Kiste. Ach, da hinten die. Ups, sie warte. Ach, da kann ich da hin, echt? Oh. Okay. Wechselspiele erhalten, was auch immer das ist. Aber wie farme ich die? Die kommt ja nicht. Einfach mal da hochrennen. Geht nicht. Oh, das wollte ich nicht. Ah, okay. Ah, okay. Hm. Guys. Soll das gefallen haben. Einen der Stuben. Oh. Was ist das da? Ist das was denn jetzt? Hallo? Ist hier so gerade, ja? Ich bin so sorry. Ich werde bereit sein. Ein Moment. Keine Angst. Es ist okay.